Gassin, das mittelalterliche Wehrdorf, liegt umgeben von Weinbergen auf einer Anhöhe inmitten der Halbinsel St. Tropez. 1993 wurde der Ort mit hohem Aufwand originalgetreu restauriert. Er gehört zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Und weil es hier so schöne Filmmotive gibt, haben wir Blicke gesammelt. Ausblicke, Durchblicke und Einblicke. Nicht nur von der Terrasse aus bieten sich herrliche Ausblicke über den Golf von St. Tropez und die sanften Hügel mit den Weinlagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Viele geschlossene Fensterläden geben den Ausblick noch nicht frei, denn die meisten Einwohner Gassins kommen erst zur Sommerfrische. Wir haben die unterschiedlichsten Durchblicke entdeckt. Wir haben die 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 Musik Auch die engste Straße der Welt haben wir gefunden. Vielerlei Einblicke sind uns gelungen. Sogar ein etwas frecher ist dabei. Musik Unsere Blicke-Sammlung ist abgedreht. Hier wollen wir uns jetzt bei einem Pastis entspannen. Musik 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 Musik